Jetzt kommt der große Trick und deswegen nehme ich jetzt doch einen Linierpinsel noch bei. Die Seerosen, die haben alle einen Schatten nach unten hin und das ist ein ganz tiefes, dunkles Grün oder dunkelviolett, also in jedem Fall eine sehr, sehr dunkle Farbe. Jetzt mal hier einfach unten den Schatten von der Seelose, die so leicht hochgebogen ist. Da muss jetzt sehr sorgfältig sein, dass ich wirklich jede einzelne Seelose jetzt mache, weil sonst kriege ich ein Problem. Das wirkt jetzt nämlich sehr unglaubwürdig. Also im Prinzip ist es immer so ein Komma, so ein Halbkreis. Und zwar auf der lichtabgewandten Seite. So eine kleine Fleißaufgabe. So ein paar Footsteps. So ein paar minuter. So ein paar Paske. So ein paar Jahre. So ein paar Felder. So ein paarbitz. So simpel ist das. Ich habe gesehen, dass ich hier zwischendurch auch immer wieder so kleine dunkle Flächen gemacht habe. Das ist halt, weil hier viele Blätter sind, aber die hinten sehr klein sind und das brauche ich wirklich nur andeuten. Das muss jetzt nicht mega exakt sein. So, damit sind wir das Bild eigentlich schon fast fertig. Ich werde jetzt noch mit einem sehr sauberen Pinsel hier noch ein paar ganz helle Stellen drauflegen mit fast rein weiß. Gehe so ein ganz klein wenig in die fast abgetrocknete Farbe rein und malen wir jetzt hier so eine helle Stelle drauf. Hier ist es ganz wichtig, dass dieses Blatt hier dieses hier das überdeckt. Deswegen arbeite ich hier diese helle Stelle halt nochmal raus, besonders raus. Hier zum Beispiel auch dieses Blatt muss das dahinter liegende überdecken. Dadurch kommt halt diese dreidimensionale Struktur erst so raus. Hier hinten deute ich das einfach nur so an mit so ein paar Tupfern. Die sind ja schon relativ weit weg, die Seerosen, da kann man immer so viel erkennen. So. Sieht doch nett aus, ne? Ich werde nur gucken. Jetzt mit dem Pinsel so ganz leicht, dass er fast keine Farbe mehr hat und dann so nochmal, ich kann es auch mit dem Finger nochmal verwischen, so nochmal so drüber gehen, damit ich hier noch so ein paar Reflektionen habe, weil vielleicht ein bisschen zu krass ist mit dem Weiß. So. Und hier unten muss ich die Dunkelheit noch ein bisschen nacharbeiten, das ist mir noch zu, ein bisschen zu, äh, nicht dunkel genug sozusagen. So. 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 Seht ihr, dass ich diese Ecke jetzt noch ein bisschen nachdunkle? Einfach um, äh, das Auge noch ein bisschen mehr so da jetzt reinzuführen. So. Das reicht jetzt. Jetzt kommt es zum Beispiel schon fast fertig. Über eine halbe Stunde, das ist eigentlich eine gute Zeit für so ein kleines Video. Jetzt fehlen nur die Seerosen. So. So. Die Seerosen deuten wir nur an. Ähm, wir fangen mit dem Crop an. Gehe so, ups, da lassen Wasser tropfen. Hell ist ganz klein wenig mit, ähm, nun geht es mit der reinen Farbe hier rein. Ähm, und haut jetzt hier so nur dazwischen. Weiter hinten, ähm, dass ich sie deutlich heller werden. So. Da deute ich jetzt nur so an. So. Also hier führe ich den Pinsel einfach von oben nach unten um. Die sind ja praktisch wie so Finger geformt. Und das kann man natürlich jetzt auf die Entfernung nicht mehr sehen. Nur so das Auge so ein bisschen zu betrügen sozusagen. Das Auge denkt, ah, okay, da, ach, das sind ja die Blöten, ne. So. 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 Jetzt brauche ich gerade noch mal ein Grün, ein sehr dunkles. So, dann mache ich hier noch die Basis von den Blättern, dass die so ein bisschen dunkler sind, sonst glaubt das Auge mir das ja nicht, dass da, dann schweben die Blüten so ein bisschen. Hier einen kleinen Schatten nur machen. Okay, da sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Also hier hinten sollen halt nicht so intensiv sein, also die perspektivisch weiter weg sind, die intensivsten Farben habe ich jetzt hier vorne. Dämpfe ich das noch ein bisschen ab hier und malen wir hier noch ein bisschen dunkleres Grün hier zwischendurch noch rein, das ist ein bisschen zu dunkel, einfach damit hier so ein bisschen eine andere Farbe drin ist. Ihr seht, es reicht das Andeuten, das ist halt das wie Impressionisten arbeiten, so viel mit Andeuten und eben nicht exakt nachmalen. So, jetzt nehmen wir nur Weiß, gehen wir in dieses Orange rein, machen das ganz, ganz hell und machen jetzt wirklich da oben, da wo die Sonne auf die Blüten fällt. So, gut. Ja, so einfach geht so, das ist so ein Monet-Motiv und ja, jetzt kann ich gar nicht viel erklären, weil ihr habt ja gesehen, also so diese Striche, diese Striche und dann diese punktförmigen Blüten sozusagen und ganz zum Schluss signieren wir das natürlich wieder und gerne mit diesem schönen, warmen Farbton, den wir uns hier angemischt haben. Und dann bleibt mir nur noch, ich würde ja gerne mit Moni unterschreiben, hahaha, dann bleibt mir nur noch, euch viel Spaß beim Nachmalen zu wünschen und ja, bis zum nächsten Video würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.